Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Intermezzo-Game. Und das Game, was ich euch heute vorstellen möchte, heißt There is poop in my soup. Ja, also frei übersetzt auf Deutsch, da ist Scheiße in meiner Suppe. Und ich bin ja mal gespannt, was das Spiel zu bieten hat. Ich hab's auf Steam gefunden und war so angetan von dem Steam-Trailer, ja, dass ich mir gesagt hab, komm, das spielen wir mal, ja. So, liebe Freunde, und wir sind hier jetzt schon im Hauptmenü. Und wer sich wundert, Nanu, da gibt's ja überhaupt keine Musik im Hintergrund. Das ist alles so still. Ja, genau so läuft das. Also ich hab's selber noch nicht angezockt. Ich weiß nicht, auf was wir uns einlassen. Wir haben hier, so wie es aussieht, drei Maps. Einmal New York City, dann eine andere. Und ja, Beijing, nehm ich mal an. Weil hier steht Beijing, also dass man das kompleten muss. Und was das hier ist, weiß ich nicht genau. Also das ist Beijing und was das hier ist, rechts weiß ich gar nicht. Und hier unten sind die, ja, Controls nochmal. Also Move ist W-A-S-D, okay. Und, puh, ist Space. Also Kacken ist quasi Leertaste. Und Special, was auch immer das ist, ist F. Hm, okay. Ich würde sagen, wir machen gar nicht so eine lange Vorrede, sondern wir fangen gleich mal an. Ich bin mal gespannt, liebe Freunde. Oh, ich höre. Ich höre Sound. So, und was müssen wir jetzt machen? Was? Oh. Geil, komm hier, Spritzwurst. Huch. Nein, oder? Nein. Zählt das irgendwie mit? Ah, pass mal auf hier. Komm, Oppi. Nein. Nein. Oh Gott, sag mir. Haben wir den gerade wirklich auf den Kopf gekackt? Oh. Wir haben die Schüssel nicht getroffen. Was mache ich? Äh, kann ich? Ah, W-A-S-D. Alles klar, liebe Freunde. Aha. Oh, pass auf. Ich habe eine Idee. Komm. Boah. Voll die Spritzwurst. Schön hinten. Kinderwagen rein. Boah. Nochmal. Jetzt geht's los, meine lieben Freunde. Bam. Unlocked. Fifteen Poos. Whatever. Oh, der, oh, guck mal. Der, der battelt ja förmlich. So, machen wir mal den hier. Ah, der war knapp, du. Scheiße. So, jetzt ganz einfach wieder der, der, der Kinderwagen hier. Vor allem, stell dir mal vor, ja. Das kleine Baby. Huch. Was? Retry? Wieso Retry? Komm, Oppi. Nice. Oh. Verdammt. Achso, wir müssen, glaube ich, immer. Komm hier. Haben wir eigentlich einen Timer? Was, jetzt rennt der? Warum? So, liebe Freunde. Also, wenn wir eine Kombo haben, dann geht das anscheinend hier ganz gut. Boah. Bam. Ah, und da wird die Musik auch lauter. Okay. So, pass mal auf. Jetzt versuche ich mal hier den Mülleimer zu treffen. Bam. Fünfer Kombo. Also, warte mal. Zack. Kiste noch. Nice. 25 Boots. Unlocked. Kann ich jetzt einfach hier rein? Ja, geil. Huch. Okay, wir haben... Ah, da oben gibt es eine Poollist. Alles klar. Warte mal. So, Creamy Delight. Was ist das? Dreimal in den Dings. Hit Cans. Also, hier vorne. Okay, pass auf. Wir machen erst mal huch. Creamy Delight machen wir erst mal. Das ist wahrscheinlich das hier, oder? Ja, komm Opa. Komm. Runter. Und jetzt. Pass auf. Jetzt. 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 Platsch. Sehr geil. So. Alter, der battelt ja für mich quasi nach unserer Scheiße. Los. Nein. Boah, Scheiße. Ne, das wollten wir nicht. Ach, verdammte Axt. Und jetzt die Dosen hier vorne. Boah, nice double people. So, dreimal in den Trash. Nehme ich mal an hier. Eins. Oh, weg da. Lasst Scheiße regnen. So, pass auf. To-Do-Liste haben wir. Creamy Delight bounce to box. Was sind die Box? Ist die Box das hier? Ah, die. Bam. Zehner Combo. Kommt den Fahrer hier vorne, will ich noch erwischen. Alter, der fährt aber schnell. Pass mal auf, dann machen wir das jetzt so. Der kommt ja von rechts. Zehner Combo. Oh, oh, oh. Ah, verkackt. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes, liebe Freunde. Ja, pass mal auf, dann machen wir das gleich nochmal. Was sind wir denn bitte da oben? Los, kommt der. Jetzt, 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 jetzt. Oh. Ah, Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes, liebe Freunde. So, pass mal auf. Jetzt hier die Tante. Bam. Und. Ich weiß gar nicht. Das Auto kann ich irgendwie hier. Was war Special? Er war Special, ne? Ich habe ja gar nicht so eine Idee, irgendwie wie. Alter. Weiß gar nicht. Das Auto, ob ich das so treffen kann, so. Los, komm jetzt hier. Das kommt jetzt von links. Ah, der war zu spät. Scheiße. So, pass auf. Jetzt kommt es von rechts. Mit Anlauf. Boah, schon wieder verrissen. So, pass auf. Dann machen wir erstmal den hier. Boah, was? Hast du gesehen? Das muss aber eine harte Wurst gewählt. Nice. So, pass auf. 20 mal Packs. 3 mal in das Soup. Das Soup gibt es aber nur einmal. Wie soll ich da 3 mal reinkacken? Baby plus Mami-Kombo. Okay, warte mal. Das müssen wir hier machen. So. Das ist die Mami-Kombo. Huch. Die Baby-Kombo. Und das ist die Mama. Nice. So. Taxi. Under my Umbrella. Ich glaube, das soll mit dem einfach nur schön auf den, richtig schön auf den Schirm scheißen. Komm. Ach. Also mit dieser... Schon wieder daneben? Nee. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Was haben wir noch so? Mohawk Mike und Bounce to Trace. Trash. Bomb Poo. Whatever. Pass mal auf. Dann machen wir hier. Zack, 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 zack. Boah. Schade. Aber ich glaube, wir haben die... Huch. Alter. Was ist denn da passiert? So, pass mal auf jetzt hier. Komm, Oppi. Weggucken. 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 Oh. Ich sehe den Oppi nicht mehr. Da sind so viele Leute. Habe ich noch Sprühwurst übrig? Huch. Wo ist denn hier der Junge mit dem Eis? Komm, das muss doch nochmal gehen hier. Ja, komm Junge, zeig doch mal. Der battelt ja förmlich. Und? Nice. Boah. Alter, guck dir den an. Ist das wieder fertig? Alter, stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Boah. Ist das wieder fertig. Boah. Ist das wieder fertig. Boah. Liebe Freunde. Komm, und. Komm, wo? Ach, scheiße. Geil. Voll daneben. Ähm, was ist denn F hier? Können wir lange drücken, oder was? Was ist denn F? Was haben wir denn noch auf unserer To-Poo-Liste? Ist übrigens nicht die To-Do-Liste, sondern die To-Poo-Liste. Bounce to Taxi. Hm. Müssen wir mal das Taxi treffen, aber ich habe so ein bisschen... Ne. Und jetzt hier? Ah, jetzt sind wir zu spät. Scheiße. Pass auf, jetzt aber. Boah. Alter, wir stellen uns aber auch an hier. Komm. Was? Oh. Ne. Ich kriege das Taxi nicht. Warum auch immer. Hm. Kann ich es irgendwie hier... Wo fährt denn der lang hier? Vor allen Dingen, ich kann das irgendwie nicht so richtig. Hm. Tja, 1182 Punkte. Hm. To-Poo-List. Bounce to Box, bounce to Taxi, bounce to Trash. Können wir noch irgendwas machen? Ne, ne? Huch! Wat? What the fuck? Nice. Warum? Aber, ich meine, geil, aber warum? Huh. Und noch ein, komm, noch ein Rieche. Bam! Ja. Richtig schön im Scheiße baden. In der Scheiße baden. So. Warum hatten wir jetzt auf einmal so viele Combo-Dinger? Verstehe ich nicht. Aber, liebe Freunde, wir haben 70.000. Damit haben wir eigentlich alles. Bounce to Trash, bounce to Taxi. Hm. 12.000 zu Unlock. Sehr geil. Ich finde die Mucke ja so geil. Ah, geil. Jetzt kommen wir hier nochmal so schön... So, jetzt warten wir mal auf das Auto. Vielleicht kriegt man das Auto dann richtig schön voll mit richtig schön viel Scheiße. Wissen wir einfach hier rennen, ja? Und die denken, das hilft ihnen. Mwahaha. Bäm! Frisst das. Oh, ho, 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 Combo 50. La, ha, 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 nice. So. Komm, braun zu braun. Ach, scheiße. Combo verkackt. Combo verkackt, liebe Freunde. Was ist denn hier noch? Was ist denn hier? Bounce to Trash. In the Box. Haben wir jetzt, oder was? Bounce to Trash, bounce to Box. Huch. Das wollte ich gar nicht. Nein. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt Bounce to Trash. Das ist ja hier. Alter. So, komm. Haben wir das jetzt geschafft? Ne, Bounce to Trash. Hab ich doch aber schon, oder? Oder mein, der, der, die das Trash hier hinten. Ah, den haben wir doch eigentlich auch schon. So, jetzt müssen wir mal schauen. Alter, wie die hier alle vollgekackt sind. Ach ja, gefällt mir das Spiel. Nein, jetzt ist keiner mehr da. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich frage mich, jetzt sind wir wirklich die letzten zwei Herausforderungen. So, machen wir erstmal eine schöne Kombi hier. So, bam. So, und jetzt, äh, raus. Jetzt, nein. Wir haben, liebe Freunde. So, Beijing. Bin ja mal gespannt, ob das, ja, das ist natürlich total was anderes. Wette ich mit dir. Komm, der alten Scheiß muss erstmal so richtig auf den Kopf. So richtig, komm. Batsch. Ist das widerwärtig. Komm, hier. So. Der Cartman. Ja, nicht zu verwechseln mit dem Cartman, außer... Geil. 15 Poops. Unlocked. Alter, hier ist doch... Hier ist doch eigentlich voll... Warte mal, komm hier. So. Nein. Ach, daneben. Scheiße. Komm, den scheißen wir jetzt voll die Schüssel voll hier. Bam. Der ist unterwegs. Ah. Ja. Und da ist es. Da kommt der Papa auch noch. Nice. Jetzt ist das widerwärtig. Nein, scheiße. Die Mutti haben wir nicht mehr mitgenommen. 3x Yum, 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 Rice. Ja, da waren wir kurz davor. Verdammt. Bei der nächsten Runde vielleicht. Ach, jetzt haben wir es. Dreimal Yum, Yum, Rice. Possessence, Creed. Whatever. Achso, wir kommen gar nicht weiter als hier. Boah, jetzt erhöht der Schwierigkeitsgrad. Was? Ich kann in den Wagen nicht scheißen? Warum nicht? Warum nicht? Ach, scheiße. Daneben. Ach, was ist das? Hä, hä? So. Fein. Hier gibt es auf einmal Musik. Was ist denn da los? So, hier die Schüssel nehmen wir noch mit. Komm, falls sie dann mal jemand essen möchte hier. Na. So, Yum, Yum, Kombo. Was haben wir noch so? Dishonored Family. Echt. Ich glaube, das kann ja nur so gemeint sein, dass wir den Dreimal hier schön in die Schüssel scheißen. Nein, nein. Ach, scheiße. Huch. Ach, wir haben es verrissen. Verdammt. So. Kungpu, Alter. Nicht Kungfus, sondern Kungpu. Ist das nice. Bam. Hoop on the Dynasty. Das haben wir ja noch so. Bam. Kombo. Fein, wie der Vater da einfach weiter ist. Unglaublich. So, komm. Jetzt folg dich. Fück dich. Und die Kacke ist unterwegs. Was? Das kann nicht sein. Fück dich. Wunsch ist Wunsch. Was? Wir haben doch getroffen. Alter. Was ist denn hier los? So ein bisschen brutal ist das Spiel eigentlich auch, oder? So, pass mal auf. Was brauchen wir noch? Scores brauchen wir noch. Sideway Bounce. Was ist denn Sideway Bounce? Ach, scheiße. Die ist geschützt, oder? Hä? Bis wohin kann ich einen Kacken? Boah, die Mucke, ey. Komm, wir dishonoren mal die Family. Ah, guck mal hier. Da musst du ja richtig aufpassen. Was? Habt ihr voll den Opa getroffen? So. Grandpa Nuttles. Boah, pfui. Wie ich einfach rumrenne. Komm, Omi. Bäm. So. Poo in the Basket. Wo ist denn hier ein... Ach, da ist... Ah, hier. Guck mal, hier ist ein Basket. So. Nice. Die Mucke ist ja mal geil. The floor is lava. Okay. Poo in the Basket three times. Zwei, drei. So. Haben wir das dreimal. Dishonored Family. Das müssen wir das nächste Mal machen. The floor is lava. So, jetzt mal so eine richtige Sprühwurst, Alter. Jetzt mal so eine richtige Sprühwurst. Special Delivery. So. Drei Würstel haben wir noch übrig. Dich? Dim, 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 dim. Ich finde die Mucke ja so geil. Ganz ehrlich. Mit was du mich einfach so begeistern kannst, ja. So. Na komm. Hier. Obbi. Kriegst du mal so richtig. Five spontaneous points. So muss das sein. Oh. Double Combo. Äh, Combo. So, und jetzt kriegen wir hoffentlich. Warum haben wir noch? Alter. Alter. Es regnet. Puh. Puh. Alter. Und die Fa... Guck dir die Familie an. Puh. So. Jetzt scheißen wir der Oma mal so ganz gediegen in die Schüssel. Können die mal weggehen? Ich sehe nichts. Bin ich auf der Schüssel drauf? Na komm. Omi bück dich. So. Und jetzt geht's los. Bäm. Nein. Scheiße. Scheiße. Aber das wäre doch die Oma gewesen, oder? Ah, die Schüssel. Ja, scheiße. Dishonored Family. Na komm, machen wir mal. Ich glaube, Dishonored Family ist, wenn du... Dishonored Family... Dishonored Family... Dishonored Family... Ach, scheiße. Dishonored Family... Daneben. Ach, verdammt. Daneben. So, ich will's. Wann bekomme ich denn? Ah, jetzt haben... Jetzt haben... Nice. Liebe Freude, schaut mal, was wir jetzt hier haben. Boah, ist das nice. Huch. Was denn das? Lass es scheiße regnen, äh, regnen, Alter. Lass es scheiße regnen. Ach, scheiße, daneben. Aber warte, geht weiter. Ich glaube, das müssen wir das nächste Mal noch machen. Boah, ist das widerwärtig. Ist das widerwärtig, liebe Freunde. Boah, ist das widerwärtig. Oh, jetzt haben wir's wieder verkackt. Boah, nice. Erstes Mal. Das letzte Mal ist Paris. Tief. Nice. Lass es kacke regnen. Huch. So. Haben wir die auch alle schön mit Scheiße gefüttert hier. Soll ich mir bloß mal schauen. To pool ist. Bounce to basket. Sideway. Sideways bounce. Boah, ist das widerwärtig. Ich hab jetzt gleich mal unser ganzes Vorrat hier gezündet. Oh, ist das widerwärtig. Oh, nice. Der eine hat gleich fünf Würste abbekommen, Alter. Sehr nice. So. Nice. Neuer Highscore. Und wir haben Paris freigeschalten. Letzte Map. Dü, 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 dü. Ja, Paris ist ja bekannt auch für kulinarische Köstlichkeiten. Das bedeutet, liebe Freunde. Boah, ich hab ja so richtig Bock in das weiße Fell hier rein zu kacken. Warte. Warte. Anlauf nehmen. Warte. Na komm. Ah, das ist so ein bisschen ungenau. So. Komm jetzt hier. Bah. Ach, schön. Wie man mit so einer simplen Scheißidee einfach nur so viel Spaß haben kann. Wahnsinn. Wir kommen hier erstmal in den Eimer rein. Ordnung muss sein. So. Und jetzt hier den Koch. Kann ich den Koch auch in die Pfanne kacken? Warte. Ratapui. Das ist widerwärtig. Achso, scheiße. Nein, der hätte man in die Suppe kacken können. Nein. Scheiße. Was? Achso. So müssen wir das machen wahrscheinlich, ne? So. 25 Poos unlocked. So. Oh, jetzt den ganz feinen... Hier, putze. Komm, hier. Das ist auch schon wieder Dishonored. Ah, ich glaub, da sind wir zu langsam dafür. Aber hier. Der hier hat's doch voll... Der hat... Alter. Wenn der nicht auf Poos steht, dann weiß ich's auch nicht. So. Komm. Lobster. Pumite. Sehr nice. Harry Ampit Combo. Bin ich aber gespannt, was das ist. So, hier, komm. Den müssen wir mal hier... Jetzt. Attacke. Madame Baguette. Komm hier, Omi müssen wir auch noch, die wir auch noch was schön abhaben. Ne, ist warm und gesund, gerade an kalten Wintertagen. Madame Rouge. Oh, hier kommt der Baguette-Meister. Der Baguette-Meister eindeutig. Warte, warte, warte. Ja. Oh, war vielleicht ein Stück zu früh? Ne. Ah, genau richtig. Baguette-Combo. Huch. Geht schon weiter. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Nice. Schon wieder eine Kombo. Bäm. Harry Ampit Combo. So, pass mal auf. Jetzt machen wir da hier wieder schön in die... Ins Käppchen rein. Na. Alter. Mit der Steuerung. Nein. Baa. Ich weiß nicht, haben wir jetzt getroffen eigentlich? Ich würde da gerne mal das Auto hier vorne treffen. Ganz ehrlich. Ah, das war zu spät. Ich will das Auto treffen. Ah, ich weiß nicht. Hm. Komm. Haben wir das... Ich weiß nicht. Können wir so das Auto treffen? Boah, wenn wir zu spät sind. Und? Ja, jetzt war wir eigentlich richtig, aber wir haben es wieder verrissen. Ach, schade. Ich warte ja immer noch so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, auf diese Kackenstrahl oder wie auch immer. Geil. Die fährt hier zum Beispiel auch durch die Steinbefestigung durch. Was? So, Nummer 1. Hund. Ah. Ja, was? Der ist quasi durchgegangen. Was ist denn da los? Alter. Aber, liebe Freunde, ihr dürft sicher sein, das Spiel hat auch nur... Weiß ich nicht. Nicht viel Geld gekostet. Ich glaube, ein paar Cents oder so. Also, ich glaube, mehr wäre es mir auch nicht wert gewesen. Boah, so richtig schön auf die Stirn vorne gekackt. So muss das sein. So, jetzt filmen wir hier nochmal. Machen wir hier eine schöne Kombo. Sehr nice. So, was haben wir jetzt noch? Bounce Poo? Hedge Poo? Hedge Poo? Oh, Taxi, s'il vous plaît. Ja, ich weiß, aber das Taxi, das kriegt man nicht. Ich weiß, machen wir mal so hier. So. Und? Alter, das war jetzt aber voll das Taxi. Ah, ich weiß nicht. Mit dem Taxi haben wir so ein bisschen Probleme. Boah, was? Wir haben 60... Wir haben 60 Kacke-Strahlen. Na hier, pass auf. Boah, nice. Boah. Boah, ist das widerwärtig. Alter. Nice. Einfach mal hier so quer durch. Boah, ist das widerwärtig. Ich will eigentlich das Taxi haben. Boah, nice. Nice, 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 nice. Boah. Lass ihn kacke baden. Nice. Ja, das sind die kleinen Kackwürste ja jetzt hier noch. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht hier unten. Ach schön. Ach schön. So. Vor allem, die haben alle so eine schöne Schneckenform. Seht ihr das hier so? Tchuk, 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 tchuk. Sehr geil. Doch, gefällt mir, liebe Freunde. So. Damit haben wir auch schon alles. Drei Kaffee, oh puh. Obwohl, warte mal. Drei Kaffee, oh puh. Das können wir noch machen. Könnt ihr mal bitte weggehen. Ich sehe nichts. Ich will der Dame doch ganz genüsslich in den Kaffee scheißen. So, pass auf. Ah, scheiße. Jetzt hat man es gerade. Eins, zwei, drei. Ah, ja. Drei, ja. Drei Kaffee, oh puh. Ja. Sehr nice. Ja, liebe Freunde. Jetzt machen wir hier noch so ein bisschen hier. Boah, wir haben schon wieder den Kacke-Strahl, Alter. Boah, nice. Komm hier, die ganzen. Boah, ist das wieder wertig. Boah, ist das ein Arschloch? Oder ist das ganz oben? Oder ist das hier so ein Gesicht? Kackt der aus dem Mund? Oder macht der das tatsächlich? Na, komm hier. Ah, diesmal sind wir nicht so gut. Ah, komm hier, schön in Wellenform. Ach, schön. Boah, wie sie einfach nur im Kacken-Strahl untergehen. Das muss auch ein schöner Tod sein. Boah, ist das wieder wertig. So, liebe Freunde. Da sind wir wieder zurück im normalen Modus. Was ist denn hier los? Joah, dann haben wir doch eigentlich alles geschafft. In diesem Spiel? Gibt es da noch mehr? Nö, das war's. Liebe Freunde, das machst du ganz kurz. Als kleines Scheiß-Spiel. Intermezzo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte den Daumen nach oben da. Ich hatte auf alle Fälle Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ja, ihr träumt heute Nacht nicht von Scheiße in allen Varianten. Also sprich cremig. Ja, und so weiter. Ne, wisst ihr Bescheid. Also haut rein. Ich werde jetzt erstmal schön nach dem Kaffee schön aufs Klo gehen, erstmal einen abdrücken. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao, euer Dude.